Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um einen Mount, das wir aus der Protosynthesenschmiede bekommen. Und zwar haben wir hier einmal den Raptora Sturzflieger. Dieses Mount ist eins von diesen Raptora Viechern. Da gibt es übrigens wieder mehrere Farbvarianten, da werde ich aber euch dann auch nochmal einzelne Videos zu erstellen. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns einmal das Mount Special an. Und zwar gehen wir mal ein Mount Special ein. Und ihr seht hier, wie wir es von den Raptora Mount schon kennen, so ein bisschen Flügel schlagen, entkreischen nach vorne. Ist auf jeden Fall ein sehr schickes Model, kann natürlich auch fliegen, wer hätte es gedacht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie wir uns das Mount erspielen können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostigern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum nächsten Plan und zwar zum ersten, den wir jetzt quasi auf der Welt einmal sammeln können. Ich befinde mich jetzt hier auf den Koordinaten 67, 40 in einer Höhle drin und zwar in die Höhle geht es hier rein. Also hier seht ihr, sind wir bei den Koordinaten 65, 35. Da geht es in die Höhle rein und am Ende der Höhle liegt quasi der Bauplan. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Hier hinten haben wir den Bauplan liegen. Den machen wir jetzt einmal auf. Und das ist der Bauplan Raptora Sturzflieger. Und ihr seht schon, warum ich hier reingestelft bin. Hier ist erstmal so ein Questmob drin und ein Haufen Elite-Mobs. Ist ein bisschen angenehmer, wenn ihr da eine Stave-Klasse habt. Oder ihr lauft durch, lootet ihn und lauft schnell wieder raus. Weil die Mobs, die brauchen doch ein bisschen zu töten. Also ich laufe jetzt mal aus der Höhle raus. Sonderlich lang ist die nicht. Und hier seht ihr, ist quasi da hinten diese Protoschmiede. Und da können wir einfach einmal reinlaufen. Ich kann zum Glück Shadow melden und da ist das alles ein bisschen einfacher. Also hier ist der Höhleneingang. Hinten ganz in der Ecke liegt quasi der Plan. Und das Ding schimpft sich Raptora Sturzflieger. Mal gucken, was das für ein cooles Mount ist. Sobald wir uns den Plan dann einmal besorgt haben, können wir den Raptora Sturzflieger einmal craften. Und dafür brauchen wir insgesamt 450 Genesis-Partikel. Dann benötigen wir eine Wutperle und wir brauchen ein Raptora-Gitter. Und wo wir die herbekommen, würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein-cuehen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle untacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK-farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pulle jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Live haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK'd, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Und wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann erhaltet es, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir es schon Toxitalisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Raptora-Gitter. Dieses können wir von allen Raptora-Viechern kriegen. Das sind hier diese Vögel quasi. Und da gibt es unter anderem die Wüsten-Raptora. Ich bin jetzt hier gerade auf den Koordinaten 61, 58. Hier gibt es einige Wüsten-Raptora. Dort gibt es einige Wüsten-Raptora. Dann gibt es auch noch viele andere Raptora, die hier in der kompletten Zone unterwegs sind. Also das kann von allen möglichen von denen droppen. Ich würde tatsächlich empfehlen, hier die oben zu machen. Da sind ziemlich viele aufeinander. Sobald ihr fliegen könnt, ist das eine relativ schöne Geschichte. Und hier kann man nebenbei die Vaspiden noch mitnehmen und die Raptora gleichzeitig farmen. Dann schauen wir uns an, wo wir die ewige Wutperle bekommen. Und zwar kann die von verschiedenen Mobs droppen. Wir sind einmal hier oben bei der World-Boss-Insel auf den Koordinaten 47, 10. Und hier sind ein Haufen Elite-Mobs. Und diese Elite-Mobs können alle die Perle einmal droppen. Ich habe die jetzt so hier schon normal beim Dailies machen bekommen. Aber ihr seht hier, mein Addon zeigt das auch an. Also die kann man hier überall kriegen. Und die scheint relativ einfach erhaltbar zu sein. Sobald ihr euch dann den Planen gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Muts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Muts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tschala. Bis zum nächsten Mal. Tschau.